hey leute willkommen zurück zu minecraft live in the woods es geht weiter ich muss mal eben die setzlinge vom letzten part loswerden ach es sind ja gar nicht so viel dünn moment warte wir haben tannensetzling tuopa setzling also was ich momentan brauche das ist sehr häufig eiche fichte und tuopa da alles klar was war das denn für ein geräusch und da ist wir brauchen wir nicht tannensetzling wir brauchen dann eher birke da das sind die ich momentan brauche fürs bauen deswegen habe ich mir jetzt doch mal so reingepackt naja und bevor wir das vergessen wir gehen noch mal kurz auf dia suche ich war ja in jedem part so eine minute zwei minuten beim letzten mal ein bisschen länger hängen geblieben aber ich brauche dias genau da hinten waren wir noch nicht ich bin einfach noch mal fünf nach hinten gegangen im letzten part jetzt bin ich nur auf dem bief ich will bief alter habe ich rüstung noch okay nicht mehr viel war das jetzt 1 noch einmal 5 das kann doch nicht sein dass ich hier absolut keine diamanten finde in dem bereich von das ist echt krass von hier bis ganz da hinten hin und dann auch noch mal 15 rein in dem bereich muss es diamanten geben was da los wer hat das kaputt gemacht gotti hat den server kaputt gemacht wobei es geht nur bis hier merke ich gerade aber ist trotzdem eigentlich ein bereich wo diamanten auf jeden fall vorkommen müssen auch nix und hier glaube ich bin eins zu weit rein egal die gänge die zieht sie irgendwann mal später weiter nach hinten jetzt reiße ich hier noch mal einen gang rein da und die blöden gneiss steine ey weil sobald ich dann die das habe mache ich mir eine die ja pickaxe und dann gucken wir mal was wir da verzaubern können 54 level man oh nein so jetzt häng ich ne ich sehe keine das ist so schlimm ne welcher höhe sind wir hier oh bin hier sogar noch ein tiefer macht nix das macht überhaupt nix denn noch ein tiefer geht ja glaube ich wie weit sind wir noch immer noch weiter krass ok hier sind wir am ende angekommen woher kurzer ruckler und meine pickaxe ist gleich wieder down wenn jetzt hier kein dir bei raus springt ne ja das geht doch gar nicht die sind ja hier generiert also daran liegt es nicht irgendwie also ich habe schon welche gefunden dass das irgendwie ein fehler ist also das ist mir echt ein rätsel weil so eine hülle habe ich jetzt eigentlich keinen bock zu suchen weil da rennst du dich auch blöd bis du da zufällig dir irgendwie nach draußen siehst früher war ich so voll nicht der stripminer aber dann hat das mal so gut geklappt auf einem privatserver von mir du musst nur einmal den dreh raus haben ja es ist eh gleich komm tschüss ey leute ich glaube ich werde es offscreen machen ich habe keinen bock jedes mal in dem part euch hier nur das meinen zu zeigen das geht doch gar nicht das ist doch so richtig blöd ne ja ich frage den corti und ähm also das ist ihr wisst wie viel ich da unten abgebaut habe ey da muss doch mal ein dia rausspringen weißt du dann bin ich offscreen und dann habe ich sofort ein dia da mache ich aber auch sofort die aufnahme an wahrscheinlich ja so könnte man es ja eigentlich machen haben wir nur zwei eisenherz abgebaut das ist ein bisschen wenig ne alter was weg da so ist er weg 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 aber leder habe ich kam ja auch nur einer raus ich habe da glaube ich vier kür geschlachtet mann ey hier ist da kommt nichts bei rum hier na gut so was hatten wir fichtenholz genau ich wollte nochmal unten bei der hütte gucken ah fichtenholz habe ich nicht am start warum fichtenholz jetzt ausgerechnet das totes holz ist das ne ich sehe jetzt auch hier kein fichtenholz was will denn der da tschüss bruchstein warte mal was ähm wir brauchen noch bücher ne ne warte mal wie waren das so kommt zucker raus und so papier ich habe ja ein bisschen was da machen wir noch ein paar bücher aber das reicht alles halt noch nicht ich hoffe das geht mit dem toten hä achso geht nicht ok tschüss tropenholz habe ich nicht so viel aber wir haben beim letzten mal eigentlich genug gefahren dann nehmen wir jetzt hier irgendwas vom eichenholz wächst eh schnell nach oben so zack ach ja klar es fehlt ja das leder ich hatte mich schon gefreut aber ich habe kein leder wie weit ist der jute stark der ist komplett rettet mal sehen was da jetzt rauskommt das ist immer so ein tropfen auf einen heißen stein war das überhaupt dafür da warte hier sind bestimmt die rezepte wieder anders hä ach warte burlap wir brauchen burlap guck mal das sind drei gibt nicht mal ein buch oder was mache ich falsch wir brauchen nochmal drei oder was da war doch gerade was mit buch hä was ich hatte doch gerade irgendwie ein buch gesehen hier im dings mein gott habe ich das in englisch habe ich das in englisch ah ne hier hatte ich es in ach so andersrum ok das ist aber cool dann gehen paar mehr drei und das reicht jetzt für genau ein regal ey das ist übertrieben so ein bücherregal finde ich was meint ihr schreibt sie in die kommentare habe ja ich will das echt nicht mit einer eisen picke machen aber wir gucken mal ob wir oben noch ein paar kühe mästen wir machen einfach jetzt nur noch kühe diese jute stock das dauert zu lang jetzt schlimm kühe weizen wo ist weizen da ja ich habe nur einen da drin gehabt hier ein stack ja da bist du schon wild drauf ne guck mal wie wenig muss man erwarten bis die ja ich glaube ich darf die nicht immer sofort killen muss halt warten bis die mal alle ausgewachsen sind oder noch mehr rum ja ne wisst ihr bescheid so hier wächst aber alles sehr schön hier ist auch fichtenholz am start könnte man nicht mit dem to oberholz noch so haben wir einen kleinen baum ach komm egal muss ja nicht ganz abbauen jetzt so dann haben wir den gechisselt das muss ich nur wieder überlegen was war es war der hier ne ne war er nicht erkenne ich schon der mach das jetzt erstmal so boah da hat es gerade wieder krass geleckt mein inventar voll ne nimm dir das nicht auf aber wer weiß wo das rein backt jetzt machen wir doch wieder das dach wollte ich ja erstmal nicht machen ja ist egal am ende ist egal ne moment das doch nicht da will ich den boden fertig machen das kriegen wir naja kriegen wir nicht hin damit aber egal ja wieso ein stack und ein stück ah da sind noch ein paar wieso sind denn die 50 jetzt da alle runtergefallen verstehe ich nicht sobald ich da oben ja lang gelaufen bin das kann schon an den carpenter blöcken liegen hallo auch manchmal ist die range so mickrig aua aber ich wollte schon sagen da habe ich einen falsch gesetzt aber das ist der treppenaufgang oder abgang wie auch immer machen abgang hier soo immer schön im kreis damit ich dann außenrum die fläche zum laufen habe und dann nicht wenn ich mal abstürze bis hier hin fall wobei es nimmt sich dann nichts mehr da nimmt sich das nichts mehr ja ja der dachbohrner wird schon cool eigentlich wir könnten auch hier ich weiß nicht wie das aussieht ich hole sie mal die carpenter blöcke ich hole sie mal die carpenter blöcke machen wir das nur mal hier oben so ach nee man das waren die falschen warte genau die boah jetzt geht eigentlich ne nein da geht es dann nicht ach das sind ja die treppenstufen können wir es nicht machen aber da oben an der stelle finde ich es jetzt gar nicht so verkehrt ähm da ist dann auch treppe ne ne da geht es doch aber das sieht nicht aus hier an der stelle weil und es wird auch gar nicht gehen ok ich finde das aber hier für diese ecken ganz gut auf jeden fall dann machen wir noch bis unten hin also ich wir sehen ja schon unten ne ich gehe ja nicht weiter runter halt von der seite oh guck mal jetzt ist die frage ich guck mal ob ich den da noch reinsetzen kann ein stück ah das geht sogar cool ja doch das finde ich besser ok klar hier geht es leider nicht aber ich würde sagen an der stelle danke fürs einschalten gebt mir einen daumen nach oben wenn es euch gefallen hat und wir sehen uns im nächsten part hao drin bis dahin tschüss das ist das ist das ist das